Hallo, ich bin Thomas Friebe, Sprecher, Coach und Co-Autor des Bestsellers Transform mit Brian Tracy. Earl Nightingale ist mein heutiger Held. Er ist bereits 1989 gestorben, war Radiokommentator, Motivationstrainer und Autor des großartigen Hörbuchs, was ursprünglich von ihm selbst gesprochen noch als Schallplatte rauskam, dann später millionenfach als Audiokassette und CD und es heißt The Strangest Secret. Earl Nightingale spricht das mit einer so tollen, satten, kraftvollen Stimme und ich habe diese Aufnahmen schon so oft gehört, dass ich große Teile davon auswendig kann. Der Kernsatz ist dieser und hört sich ungefähr so an. Here is the key to success. And the key to failure. We become what we think about. Now let me say that again. We become what we think about. Also der Schlüssel für Erfolg und auch für das Scheitern lautet, wir werden, was wir denken oder wir werden zu dem, was wir denken. Wer diesen Blog hier verfolgt, dem ist das sicherlich nicht neu, aber es ist wirklich essentiell. Das, was uns im Leben begegnet, hat ganz stark mit unserem Denken zu tun. Wenn ich mich auf eine Situation positiv einstimme, wird mir auch Positives widerfahren. Wenn ich schon voller Ärger irgendwo hingehe, dann werden mir auch die Menschen mit Ärger begegnen. Denn das ist eben genau das, was ich dann ausstrahle. Deshalb hier der ultimative Tipp, damit Weihnachten nicht zum Desaster wird. Überlege dir vorher, bevor du zu deinen Schwiegereltern oder nach Hause zu deiner Familie fährst, bevor du Weihnachten durch die Tür gehst, wie du jedem Einzelnen dort begegnen willst. Denke dir drei Worte aus, die dich leiten sollen. Also ich zum Beispiel habe, wenn ich nach Hause komme, bevor ich den Schlüssel ins Schloss stecke und meine Familie begrüße und mir die Kinderhorde um den Hals fällt, dann sage ich mir drei Worte. Interessanterweise sind sie englisch, das liegt aber daran, dass der Tipp von meinem Lieblingscoach Brandon Bouchard kommt. Und ich sage mir dann, love, care, support. Also liebe, kümmere dich, unterstütze. Und dadurch komme ich in eine ganz, ganz andere Haltung. Und wenn du dasselbe tust, wenn du deinen Lieben begegnest, dann wird sich die Qualität deiner Beziehungen radikal verändern. Und sag jetzt nicht, ach ja, wenn das jetzt so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Urteile nicht darüber, bevor du es nicht ausprobiert hast. Suche dir drei Worte aus. Vielleicht sind es für dich Worte wie freudvoll, friedvoll, nachsichtig oder Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, aber nimm drei Worte und sage sie dir innerlich. Wie so ein Mantra. Bevor du deiner Familie begegnest, sagst du dir diese Worte. Auch zwischendurch immer wieder. Und wie anders wird Weihnachten sein, wenn du es bist, der diese Situation, in der vielleicht sonst immer Stress aufgekommen ist oder Streit, wenn du es bist, der echten Frieden bringt. Viel Spaß beim Aussuchen deiner drei Worte oder beim Finden. Und schreib mir gerne hier deine drei Worte ins Kommentarfeld und inspiriere mich und andere. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Bis morgen. Dein Thomas.